Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo. Heute geht es um ein Thema, was sehr umstritten ist in der christlichen Welt. Eigentlich schade, aber es ist die Wahrheit. Es ist umstritten. Eine Gruppe sieht das so, die andere sieht das so. Aber was sagt wirklich das Wort Gottes? Und das ist das Thema, dürfen Frauen predigen, dürfen Frauen lehren in einer Gemeinde? Und die Bibel sagt, hat ein paar Verse darüber und spricht ganz klar, da eine ganz klare Sache. Problem ist aber, dass die Menschen, die wirklich strikt dagegen sind, die schreiben immer ganz schnell so Kommentare sehr lieblos und auch oft so sehr verurteilend. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann merkt man auch, da fehlt die wahre Liebe. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Kann das sein, dass diese Menschen doch sehr religiös sind? Dann gibt es aber wieder die andere Gruppe von Menschen, die meinen das sehr, sehr aufrichtig. Und sie möchten alles richtig machen. Aber ich spreche heute zu der Gruppe von Leuten, die wiedergeborene Christen sind. Die ist wirklich aufrichtig meine. Und ich möchte einfach wissen, und du auch, was sagt das Wort Gottes darüber? Und ich habe mich wirklich informiert, denn es ist wirklich ein Thema, wo wir uns nur auf das Wort Gottes verlassen können. Aber eins kann ich auch sagen, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, das bedeutet, du bist wiedergeboren und du meinst es sehr aufrichtig, dann bin ich sicher, dass du jetzt mit mir einstimmst. Du wirst sagen, die Bibel widerspricht sich niemals. Richtig? Die Bibel wird sich niemals widersprechen. Die Bibel widerspricht sich nie. Und das weiß jeder. Das heißt, wenn an einer Stelle was sagt und es scheint so, auf einer anderen Stelle steht was anderes, dann müssen wir den ganzen Kontext lesen. Und wir müssen verstehen, warum steht das hier so und da so? Und dann stellen wir irgendwann fest, das ist einheitlich. Aber wir müssen nur begreifen, warum steht das hier so und warum da? Ein Beispiel ist, als Jesus noch lebte, war er zum Beispiel noch im Alten Bund. Also er lebte noch unter das Gesetz, weil er kam ja und erfüllte das Gesetz. Das heißt, er starb, wurde begraben, stand auf und er hat das Gesetz erfüllt. Der neue Bund beginnt. Er war im Alten Bund und dann war er im Neuen Bund. Und er sagte immer wieder, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Da können wir, müssen wir immer betrachten, wenn wir das lesen, war er noch, sagte er das? Also alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr und ja und amen. Aber oft müssen wir wirklich gucken, war das noch für die Leute, die im Gesetz waren? Und was steht dann im Neuen Bund? Aber jetzt möchte ich zurück zu dem Thema, dürfen Frauen predigen? Mir fällt immer wieder auf, dass viele Menschen, die so sehr dagegen sind, oft religiös sind. Wirklich so richtig religiös angehaucht sind. Ich will das jetzt nicht verurteilend sagen, aber ich möchte so sagen, als Jesus auf dieser Erde war, waren die Fadiseer und Schiffgelehrte ganz ähnlich. Sie haben immer was gefunden. Und Jesus, der Sohn Gottes, er hat so viele Sachen gemacht, die damals in der religiösen Welt total daneben waren. Zum Beispiel am Sabbat hat er geheilt und vieles mehr. Du weißt, du kennst die ganzen Geschichten, wenn du ein Kind Gottes bist und die Bibel gelesen hast oder dabei bist, die Bibel zu lesen. Aber jetzt möchte ich einfach genau zum Punkt kommen. Dürfen Frauen predigen? Und hier nehmen wir den Vers, der immer wieder genommen wird. 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Und da steht, Wer schreibt das? Paulus. Paulus schreibt das. Aber jetzt möchte ich dich nochmal erinnern, das Wort Gottes widerspricht sich niemals. Richtig? Richtig. Schau mal, was in Galater 3, Vers 28 steht. Da steht, Jetzt ist es nicht mehr wichtig, also im Neuen Bund, wer schreibt das? Übrigens auch Paulus. Der gleiche, der diese Verse geschrieben hat, die ich gerade gelesen habe. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob wir Juden oder Griechen, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle wie eins. Es ist nicht mehr, es ist uninteressant, ob ihr Juden, Griechen seid, Sklave oder Freie, Männer oder Frauen. Im Geiste sind wir eins, in Jesus Christus. Da sind wir eins. Okay, das heißt, Paulus macht erstmal eine Aussage ganz klar. Er hebt nicht die Frauen höher oder die Männer höher, sondern er stellt jeden auf einer Stufe. Es gibt auch viele Bibelferse oder mehrere, wo immer wieder steht, dass Gott kein Ansehen der Person hat. Also Gott setzt sie auch alle auf einer Stufe. Aber warum schreibt Paulus denn hier sowas? Also erstmal, ich glaube, das kann man jetzt nur annehmen, aber das ist, was ich annehme, wenn ich alles lese, das ganze Wort Gottes. Paulus hatte unterschiedliche Gemeinden, die er gegründet hatte und er hatte Probleme. In dieser Gemeinde gab es das Problem, in einer anderen Gemeinde gab es ein anderes Problem. Zum Beispiel in einer Gemeinde haben die ganz vielen Zungen geredet und da hat er gesagt, hey, mach das nicht, wenn hier Fremde sind. Und so hatte er viele Schwierigkeiten, die er ausbügeln musste. Und in dem Fall, glaube ich, war das eine Gemeinde, wo die Frauen vielleicht über den Männer plötzlich standen, obwohl sie eins sein sollten und irgendwas muss da gewesen sein. Und du sagst vielleicht, ja, aber das ist das Wort Gottes. Aber pass auf, was er hier sagt. Er sagt, eine Frau erlaube ich nicht, öffentlich zu lehren. Also er sagt, er erlaubt das nicht. Er sagt ganz explizit er. Und er hat hier auch wirklich einen Unterschied genommen, das hat er immer wieder erwähnt, ob er das sagt oder ob der Herr das sagt. Pass auf, zum Beispiel, ich will es dir gleich beweisen, 1. Korinther 7, Vers 12, da steht, trifft Paulus folgende Aussage, also in 1. Korinther 7, Vers 12, denn den übrigen sage ich, nicht der Herr. Steht wirklich so geschrieben. Paulus unterscheidet in seinen Briefen, ob er selber das sagt oder ob der Herr das sagt. So, jetzt nochmal zurück. Ich wiederhole das hier. Einer Frau erlaube ich nicht. In dieser Gemeinde hat er explizit zu dieser Gemeinde gesprochen und hat das Problem gesehen und wollte das Problem lösen. Und er hat gesagt, ich erlaube es nicht. Ich habe die Gemeinde gegründet und ich erlaube es nicht, weil ich sehe, das geht den Bach runter. Da muss irgendwas gewesen sein. So, jetzt finde ich aber was ganz Interessantes. Wenn jetzt das so gewesen wäre, dass Frauen nicht mehr predigen dürfen, nicht mehr lehren dürfen und nichts mehr machen dürften, dann würde doch im Neuen Bund, im Neuen Testament und speziell im Neuen Bund keine Frau mehr irgendwo predigen, irgendwas machen, in irgendeiner Form, oder? Du sagst vielleicht, naja, vielleicht ja, vielleicht nein. Pass auf, ich will es einfach lesen. Apostelgeschichte 2, Vers 17, da steht. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist, das war bereits ja, ist ja geschehen, als der Heilige Geist kam, und alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Er sagt nicht nur, eure Söhne werden weissagen, wer weissagt, der spricht auch. Ja? So, eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Also, ganz offensichtlich erwähnt er hier auch Frauen. Und weissagen kann man nicht leise und still. Und ich bin mir sicher, dass weissagen in der Gemeinde geschah, weil wir lesen das in 1. Korinther 14, zum Beispiel, wegen Überweissagung und so weiter. Also, er hat die Frauen hier erwähnt. Aber es geht noch weiter, 1. Korinther 14, Vers 31, Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Also, er sagt nicht nur, ihr Männer und ihr Jungen oder junge Männer, sondern er sagt, alle. Wiederum erwähnt er das, was in Galater steht. Nicht nur die Frau, Mann und nicht nur die Frau, sondern alle. Und dann in Apostelgeschichte 21, Vers 9, die vier Töchter von Philippus waren bisher unverheiratet geblieben und hatten die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Was macht jemand, der prophetisch reden kann? Er tritt vor Menschen, er tritt auch vor Männer und Frauen und redet prophetische Worte. Er kann das doch nicht tun, leise in seinem Zimmer, sondern er redet prophetische Worte. Und hier sind vier Töchter, die diese Gabe hatten. Also, hier sehen wir wiederum, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf Männer und Frauen. Warum? Wir sind im Geiste 1, in Jesus Christus. Philippa 4, Vers 3. Vielleicht kannst du, Sykos, meinen treuen Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Also, du musst den Vers davor lesen, dann weißt du, worum es hier geht. schließlich haben die beiden mit mir, also die Frauen, Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihre Namen in dem Buch des Lebens geschrieben. Er erwähnt hier ganz klar, diese Frauen waren Seite an Seite und das bedeutet, sie haben auch gewirkt und gearbeitet, um diese rettende Botschaft weiterzutragen. Ich finde, das ist so klar. Oder Römer 16, Vers 1. Unsere Schwester, Phöbe, die im Dienst der Gemeinde steht, dürft ihr vertrauen. Nehmt sie freundlich auf, wie es für Christen selbstverständlich ist. Ihr tut es ja für den Herrn. Und dann steht ihr bei, wo immer sie eure Hilfe braucht. Sie selbst hat sich auch für viele Menschen eingesetzt. Nicht selbst auch für mich. Und er erwähnt hier ganz klar, unsere Schwester, die im Dienst der Gemeinde steht. Also, zusammengefasst, und es gibt noch mehr Stellen, ich habe jetzt nicht alle genommen. Frauen haben im Neuen Bund, geschweige davon, was im Alten Bund waren, da waren viele Prophetinnen, zum Beispiel die Hannah, zum Beispiel. Und ich könnte noch viele andere Frauen nehmen, die gewirkt haben, gearbeitet haben. Aber jetzt im Neuen Bund sehen wir ganz klar, dass die Frauen im Dienst standen. Aber Paulus machte einen Unterschied in dieser Gemeinde. Und bestimmt auch in einer anderen Gemeinde, ich glaube, in Korinth war das auch noch einmal, wo er das gesagt hat. Aber ich frage dich jetzt zum Beispiel, es gibt so viele Gemeinden, die das zum Beispiel predigen. Dass eine Frau nicht predigen darf, dass sie nichts sagen darf, aber die Frauen tragen kein Kopftuch bei denen. Wenn wir uns so daran an die Bibel halten, buchstäblich, dann müssten eure Frauen auch Kopftücher tragen. Also nicht, dass ihr es jetzt falsch versteht. Ich glaube, dass das auch damals zu dieser Gemeinde und zu dieser Zeit, weil diese Kultur damals so war, und dafür müssen wir die ganze Kultur verstehen. Aber interessant finde ich hier auf jeden Fall, dass Paulus ganz klar erwähnt, das sagt nicht der Herr, sondern ich. Also in dem Fall sagt er nur, das sage ich. Aber in anderen Versen lesen wir, er erwähnt das, er macht einen Unterschied, ob der Herr das sagt oder ich. Er erwähnt das auch ganz klar, er sagt, das sage ich. Und, aber ich glaube, der wichtigste Vers, den wir nehmen können, und nochmal, die Bibel widerspricht sich nicht. Der wichtigste Vers ist doch der, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob wir Juden oder Griechen sind, steht in Galater 3, Vers 28. Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Ich glaube, es ist wichtig, dass eine Frau ihren eigenen Mann untertan ist. Und der Mann soll sie lieben, aber nicht unterdrücken, sondern einfach nur die göttliche Ordnung. Der Mann soll die Verantwortung tragen in einer Familie. Und die Frau soll den Mann unterstützen. das heißt nicht unterdrücken oder in irgendeiner Form. Nein. Aber deine Frau und ich sind eins. Und du und meine Frau sind eins. Verstehst du das? Nur die Frau den eigenen Mann. Aber wir können jetzt nicht, wie damals es in der Kultur war, dass wir die Frau unterdrücken und sagen, die Männer sind höher wie die Frauen. In diesem Vers sehen wir es ganz klar. Alle sind auf einer Stufe und Gott sagt auch ganz klar, ich habe kein Ansehen der Person. Und jetzt, ich verstehe das ganz klar aus dem Wort Gottes, dass die Frauen auch lehren und predigen dürfen und dienen dürfen. Und ich sage euch etwas, wir sehen es bei uns, dass Gott den Frauen Gaben gegeben hat und sie können prophetisch reden, sie können dienen und sie dienen genauso wie die Männer. Aber wir sollten nicht, die Frauen sollten nicht überhand nehmen in einer Gemeinde und die Männer sollten auch nicht überhand nehmen. Es sollte ein Ausgleich sein und wir sehen das bei uns, dass Gott so einen Ausgleich gegeben hat. Und ich wünsche, dass das nicht ein Streitthema wird, denn es bringt nichts. Wir sollten über dieses Thema nicht streiten, sondern wir sollten uns freuen, es ist unser Name im Lebensbuch geschrieben stehen und gemeinsam angeln gehen, Menschen angeln gehen und so viele Menschen diese frohe Botschaft bringen und auf diese Themen eher nicht so weit drauf eingehen und ich sage euch auch warum. Sehr viele Menschen, die das machen, die auf diese Themen rumreiten, ich will das mal ganz klar so sagen, bei denen siehst du wenig Frucht, Frucht in dem Sinne von, dass sie Menschen angeln, dass sie Menschen ausrüsten, dass sie Menschen wegsenden, also jetzt Missionare oder wie auch immer oder sie reiten auf diese Themen rum. Weil das ist ein super Thema, da kann man super drüber streiten. aber wir verplempern unsere wertvolle Zeit. Und ich hoffe, ich spreche dich direkt an jetzt. Überprüfe einfach mal das ganze Wort Gottes und hinterfrage diese Sache, wenn du so sehr glaubst, dass die Frau nichts zu sagen hat. Und ich glaube, Gott hat uns alle eins gemacht. Ich habe es jetzt ein paar Mal wiederholt, aber ich wollte es auch noch einfach mal hervorheben. So sehe ich das im Wort Gottes. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ich bin ein Mensch. Tschüss. dio. Untertitelung des ZDF, 2020